Also bitte auch nicht zu langsam fahren, vier Monate reichen für die Praxis, wenn du jeden Tag fährst, meinst du? So, look for, ne? Das ist so ein bisschen unruhig, ne? Das ist so ein bisschen unruhig mit dem Fahrstreifen, der segelt so ein bisschen. So, jetzt gucken wir uns das Ortseingangs-Schild mal auf der rechten Seite an. Oh ja, genau. Es wächst so langsam zu, ne? Es wächst so langsam zu. So, darfst du jetzt mit der Heckelschere kommen am Wochenende und da freischneiden? Darfst du das? Meine Frage hier. Ich verstehe nicht. Noch ein bisschen. The sign is covered from the trees and so on. And you can come now and you begin with a cut, cut it free and we go. Right. Okay. Is it allowed for you? So, no. Ich kann alles tun. One more time, please. What is allowed for me? Is it allowed for you? You come with a cutter and cut it free, the sign? You? Cut it free means? I didn't understand. The sign is covered from the trees. Ah, okay. Is it allowed? You go now, tomorrow or in the evening? No, 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 no. Why not? Because this is not my job. Is it not your job? Also, is it not allowed, ne? Ja. Diese freizuschelter schneidern. Okay. Lettlich, I can't inform you. Aber hier hat man mal wieder deutlich Folgendes gesehen, ne? Ich habe ja gesagt, dass wir an der Ampel rechts abbiegen und mit der Frage warst du jetzt total überfordert, ne? Das heißt also, ich habe dir hier eine Frage gestellt, ob du das freischneiden darfst, ne? Und hast jetzt darüber nachgedacht und währenddessen hast du gar nicht die Spur gefunden, dass wir nach rechts abbiegen, ne? Also, so zwei Sachen auf einmal oder drei Sachen auf einmal, so Multitasking, das ist nicht, ne? Du kannst da ja anrufen und fragen, ne? Okay. Wen ruft denn da an? Die Straßenmeisterei ruft so an, ne? So, and now, the street? Okay. The street. Why you drive 20? Why you drive 20? This is not a... Okay. Then, take the right line and we want to turn the right. Okay. So, was müssen wir hier machen? Überweil, ne? So, da kommt keiner. So, was ist das? Vielen Dank.